Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Fürth, heiße Thomas Jung und bin auch stellvertretender Vorsitzender vom Bayerischen Städtetag. Also ich bin schon als 18-Jähriger in die SPD eingetreten, einfach war mir wichtig eine Partei zu finden, wo das Thema soziale Gerechtigkeit auch einen hohen Stellenwert hat. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit in unserem Land, dass faire Löhne und faire Arbeitsbedingungen herrschen. Und wenn das Fürth betrifft, dann bin ich natürlich als Stadtoberhaupt besonders gefordert. Wir können alle nur dann gut und in Frieden miteinander leben, wenn alle gerecht und fair behandelt werden und das ist ein Anspruch, den sollte jedes große Unternehmen unbedingt führen. Also Deutsche Post ist ein Titel, der klingt nach Seriosität, nach guten Ansprüchen und dem sollte man unbedingt gerecht werden. Eine Deutsche Post sollte nicht mit Billiglohn, mit Dumping, mit Ausbeutung in Verbindung gebracht werden. Eine Deutsche Post sollte fair und anständig bezahlen. Also es hat sich immer wieder in der Geschichte herausgestellt, dass Dinge nicht geschenkt werden, sondern oft hart erkämpft werden müssen. Das war die 40-Stunden-Woche, der freie Samstag und so ist es jetzt auch bei den gerechten Löhnen. Aber gemeinsam lässt sich was bewegen und hier sollten wirklich lange Atem vorherrschen und man darf sich mit Ungerechtigkeit nicht abfinden. Mittagszeit. Mittagszeit, 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 Mittagszeit. Untertitelung. BR 2018